Hallo und herzlich willkommen zurück meine Lieben zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty hier im Oxbow. Was wollen wir heute machen? Ich wollte mit euch heute, sofern das möglich ist, mal die Fischerhütte jetzt aufbauen. Und vielleicht noch ein Häuschen dazu. Steine habe ich genug, brauche ich eigentlich keine einsammeln. Ich muss bloß gucken, ich brauche ja Holzstämme und ich glaube Stroh bräuchte ich auch noch. Hier haben wir noch drei Äckste, die gebe ich mal rein, damit die was machen können hier. So, ich brauche, haben wir Bretter? Ja, Bretter haben wir. Dann nehme ich mir mal was raus hier, so viel muss es nicht sein. Und Holzstämme wäre ganz schön, ich hoffe, dass wir die haben. Also würde ich heute mit euch erstmal die Fischerhütte bauen und ein Häusl dazu. So, da ich die Fischerhütte dort irgendwie nicht hinkriege, habe ich mir jetzt gedacht, ich baue die an einem anderen Platz. Und zwar weiß ich ja, dass das hier hinten irgendwie auch noch geht, weil ich das in meinem Spielstand, in meinem privaten Spielstand auch hier hinten mal hingebaut habe, ginge das glaube ich hier. Das zieht natürlich das Dorf dann ein bisschen weiter auseinander, aber das ist jetzt nicht das Thema, denke ich mal. Das müsste gehen. Wir probieren das mal hier an dieser Stelle. Ich glaube, an dieser breiteren Stelle müsste das funktionieren. Wartet mal. Ich weiß, dass ich das hier, hier geht es, genau, hier geht es hin. Dann bauen wir die jetzt hier her. So. Es muss ja nicht zwangsläufig alles bei uns im Dorf stehen. Das kann ja auch mal ein bisschen außerhalb sein, ne. So, die Flechtwand noch, die Flechtwand noch. Das, 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 das Dach. So, und da haben wir die Fischerhütte. Okay. Ja, da sind wir natürlich hier ziemlich nah an diesem Lost Place oder wie sich das immer auch nennen mag. Ich baue jetzt hier einen Weg. Und, ja, die Frage ist nun. Ich gucke mal, ob wir hier den Weg hochziehen können, zu uns ins Dorf rein. Also, das geht auf jeden Fall mal, aber ich will ja noch ein Häusl dazu bauen, ne. So. Da können wir nämlich auch das Dorf nach hier hinten noch ein bisschen ausdehnen. So, wir müssen ja an die Komplettkerzen gerade gehen. Wir können noch mal ein bisschen krumm und schief bauen hier. Ne. Schief ist Englisch. Und Englisch ist modern. Haben wir immer gesagt. So. Hier lang, da lang, da lang, hier rum. Und hier dran. Genau, so machen wir das. Und jetzt will ich natürlich noch für die Fischersleute, die da mal arbeiten sollen und Häuschen noch aufbauen, ne. Ja, jetzt sammle ich schon wieder Steine, ich weiß. Aber das sage ich ja jede Folge. Ich sammle und sammle und sammle. Ich hoffe, dass dann die Tiere hier nicht verschwinden. Die will ich eigentlich belassen. Ne. Die sollen hier bleiben. Aber ich denke, wir bauen jetzt hier, ich weiß gar nicht, in welche Richtung bauen wir denn. Ich würde sagen, hier, ne. Hier so. Ich könnte ja erst mal ein Feld ziehen. So wie ich das jetzt immer mache, dass ich das Haus dann an einem Feld ausrichte. So. Und wenn wir dann noch Zeit haben, wenn wir das geschafft haben, können wir ja mal nach Ostoja laufen. Mal gucken hier. Ne, das ist so. Okay, machen wir das so. Äh, ne, so will ich es nicht. Ne, so will ich das nicht haben. Das, äh, das entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ach, ne, Mann. Ich will das Haus. Na, dann machen wir es ausnahmsweise mal so, wie ich es sonst auch gemacht habe früher. Ne. Dass ich es am Weg ausgerichtet habe. So. Genau, dann machen wir das jetzt hier hin. So, das Häuschen hin. Nein, falsche Taste. So. Steinwand. Hier machen wir Holzfenster. Holzfenster. Da haben wir kaputt. Sehr schön. Oder auch nicht. Äh, auch ein Holzfenster. Hier kommt eine Steinwand. Ein Holzdach. Dann kommt hier nochmal eine Steinwand. Ein Holzdach. Ein Holzfenster. die Holzwand. Noch eine Holzwand. So. Und damit haben wir es fertig. Ja, da sind wir ja schnell fertig geworden damit, ne. Da würde ich jetzt sagen, machen wir hier Fischer. Gut. Na ja, dann hätten wir ja doch Zeit, noch nach Ostuja zu laufen. Ich denke, das machen wir. So weit ist das ja nicht bis dahin. Da fangen wir damit jetzt mal an. Und dann gucken wir vielleicht gleich noch, ob wir jemanden bekommen für die Fischerhütte, ne. Zur Not hätten wir dann ja noch, äh, in Skauki jemanden sitzen gehabt. Hatten wir ja in der letzten Folge, glaube ich, gesehen, ne. Da war der ja dabei, wo ich geguckt habe. Ich glaube, da hatten wir jemanden gefunden, der geeignet wäre dafür. Aber wir gucken jetzt hier. Wir gucken jetzt hier. Ja, nicht, dass wir hier in irgendwelche gefährliche Tiere reinrennen, so, oder, ne. Immer ein bisschen gucken. Da haben wir es doch gleich geschafft. Sind wir doch gleich da. So, wir sollen den Müll am See untersuchen. Dann machen wir das. Und ich komme, nenne ich hier den Korb. Auf dem Bahn. Hier liegt was rum. Notiz, untersuchen. Du bemerkst ein unscheinbares Stück Pergament, das auf dem Boden liegt. Lies, was draufsteht. In dem seltsamen Brief steht, bring Fisch, Rotaugen, die Kleinen, leg in Korb, höflich, drei bis fünf oder sowas. Zieh dir das Pergament genauer an. Der Text ist nicht nur seltsam formuliert, er ist auch geschrieben, als hätte jemand die Feder dabei im Mund gehalten. Die Buchstaben sind unordentlich hingekritzelt und die Tinte ist überall verspritzt. Das kann nicht das Werk eines Erwachsenen sein. Höchstwahrscheinlich war es ein Kind, ein sehr junges. Behalte den Brief und verlasse diesen Ort. Okay, wir sollen das jüngste Kind aus Hoja finden. Okay. Dann machen wir das. So, aber vorher gucken wir erst mal hier, wer hier sitzt. Das ist eine Jägerin. Das ist eine Gewinnung und... Hier haben wir einen Fischer sitzen. Wartet mal, was ist die hier? Die wäre auch ein... Ne, die wäre eine Diplomatin. Er ist ein Fischer. Grüezi mir. Worin bist du besonders begabt? Wanderer wie ich sind besonders gut darin, ergebische Angelplätze und Pilzgründe zu finden. Selbst auf längeren Reisen kann ich mich ohne Schwierigkeiten selbst versorgen. Ich finde immer was. Okay, dann gehst du gleich mit. Du gehst in die Fischerhütte. Äh... Fischer? Hier. Und dann kriegst du natürlich die Fischerhütte. So. Natürlich musst du mir jetzt hier Rotaugen besorgen. Barsche. Und natürlich auch Hecht. Und dann kannst du mir auch noch Fischfilet irgendwie machen, ne? So. Okay, da halten wir es. Und jetzt muss ich gucken, wer hier das jüngste Kind ist. Äh... Hier ist ein Kleiner. Bist du das? Milowit. Hallo. Hallo Kleiner. Wie war dein Tag bisher? Mein Tag? Ja, ist in Ordnung. Ich wollte im See planschen, aber ich konnte mein Handtuch nicht finden. Oh, das ist aber nicht gut. Man sollte immer wissen, wo man sein Handtuch hat. Warum? So überlebt man. Oh nein, das wusste ich nicht. Ich muss es finden. Das solltest du, aber eigentlich wollte ich dich nach diesem Brief fragen. Hast du ihn geschrieben? Ah, vielen Dank, liebe Frau. Wofür? Dafür, dass du gedacht hast, dass ich lesen könnte. Die Leute sagen immer, ich kann nicht mal normal arbeiten gehen. Also ist es schön. Hm, dann habe ich mich wohl geirrt. Keine Sorge, ich möchte lieber glücklich sein, als immer recht haben. Das ist sogar eine ziemlich weise Aussage. Bevor du weiter nach deinem Brief freund suchst, könntest du mir bei etwas helfen? Sicher, was brauchst du? Ich will lernen, wie man fliegt. Das ist unmöglich. Das sagen alle, aber ich glaube es nicht. Menschen können fliegen, sie wissen nur nicht wie. Ich glaube aber, ich weiß es. Du musst nur, ähm, du musst dich auf den Boden werfen und dabei nicht treffen. So wie die Wolken es machen. Du glaubst, dass Wolken fliegen? Hm, die Wolken hängen am Himmel, genauso wie Steine es nicht machen. Das ist nicht, ich meine, was? Egal. Willst du nicht lieber ein Spielzeug oder so? Ja, ein Spielzeug wäre gut. In der Stadt gibt es einen Mann, der Holzfiguren verkauft. Ich will einen Bären. Bären sind die Besten. Gut, ich besorge dir einen Bären. So, und da ich den schon einstecken habe, kriegt er den gleich, ne? Hast du ihn? Ein Holzbär für einen kleinen, klugen Jungen. Juhu, diese Spielzeuge sind die Besten. Sie müssen von jemandem gemacht werden, der Kinder liebt. Der Bär ist der Beste vom Besten. Vielen Dank. Keine Ursache, Kleiner, es war mir ein Vergnügen. Oh, wegen dem Brief, was machst du damit jetzt? Ich habe keine anderen Anhaltspunkte, also werde ich wohl einfach tun, was da steht und schauen, was passiert. Das ist aufregend, ich gehe jetzt mit meinem Bären spielen, aber erst muss ich Mama Saft austrinken. Hm, der ist der Schlimmste. Wieso das? Er schmeckt nicht nach richtigem Saft, eigentlich schmeckt er fast, aber nicht ganz, gar nicht wie Saft. Tu, was deine Mutter dir sagt, ich bin sicher, er ist harmlos. Also, hauptsächlich harmlos. Trinkt aus, die Wälder. Okay. So, Rotaugen haben wir keine. Wer ist denn hier der Fischhändler? Ich müsste mal gucken. Ist der vielleicht zufällig hier hinten? Sieht so aus, ne? Sieht ja wie eine Fischerhütte aus. Ist der hier? Ja. Sieh so. Egal wie viel ich tue, das kommt immer mehr nach. Zeig mir deine Waren. Rotaugen wollten die jetzt haben, ne? Ich nehme die mal. Du kriegst von mir jetzt die zehn Bierflaschen, die ich hier gefunden habe. Dann kannst du von mir die alte Armbrust kriegen. Die fünf Holzsperre brauche ich nicht. Äh, was habe ich noch? Den starrelbesetzten Knüppel kannst du von mir aus auch noch kriegen. So. Lege 30 Rotaugen. Ja, ich habe bloß 20. Schade. Aber vielleicht hat hier im Dorf noch irgendwie jemand Fisch. Hier gab es doch die Zivian. Die verkauft doch auch Lebensmittel. Oder Nahrungsmittel. Die müsste ja, äh, hier ist, das ist eine Wiener. Hier, Zivian. Zivian, hast du vielleicht zufällig noch Rotaugen in deinem Angebot? Ne, hat sie nicht. Schade. Ne, du hast nicht das, was ich will. Okay. Dann müssen wir warten, bis unser Fischer das ran geschafft hat. Jetzt bin ich auch noch dreckig und stinkig und ich weiß nicht, was ich alles bin hier. So, ich gucke mal hier hinten noch nach. Manchmal gibt es hier hinten nämlich ein leeres Lager, wo man noch was Tolles finden kann. Da will ich mal gucken, ob das da ist. Schade, dass der bloß 20 Rotaugen hatte. Ne, ist nicht da. Sonst wäre es da hinten schon zu sehen. Okay. Gut. Oder auch nicht. Oder wie auch immer was. Ja, ich könnte jetzt noch nach Piastovia rennen und da gucken, ob da jemand noch Rotaugen hat. Aber ich denke, wir haben einen Fischer. Aber hier ist was. Guckt mal. Seht ihr, manchmal lohnt sich das doch, wieder mal ein bisschen durch die Gegend zu rennen und Sachen einzusammeln. Und dann auch noch ein Knibbel, eine Holzschafel, was ist in dem Sack. Saatgut, das ist auch nicht schlecht, kann man alles immer brauchen. Ja, naja. Gut, ihr Lieben, dann gehen wir nach Hause. Okay, ich klammer hier hoch, wie ich das immer so mache. Querfeld ein, ne. Da unten ist ein Lager. Ist das besetzt? Sieht nicht so aus, ne. Das würde ja als Feuer leuchten. Da würde ja das Feuer leuchten. Waren wir hier schon? Ne, waren wir nicht. Waren wir definitiv nicht. Was ist hier? Ein Holzbär. Hättest du mir das Geld sparen können. Da hätte ich mir doch das Geld sparen können, wenn ich das vorher gesehen hätte. Ah, hier ist noch ein Bogen. Gibt es auch die Pfeile dazu? Ne, ich sehe keine. Okay. Aber da ist doch... Da ist noch ein Lager. Und da sitzen sie auch. Ich mache mal eine Schnellspeicherung. Ich meine, wir kommen mit denen klar, aber... Und der dort hinten, der will mich erschießen? Na, wartet. Das kriegen wir hin. Ich nehme den erst mal auseinander hier. Das macht nicht. Der kann dort ruhig seine Pfeile verschießen. Solange er mich nicht trifft, ist es gut. Geht oben drüber, ne. Oder? So, weg ist er. Denke ich. Ich weiß nicht, ob noch einer hier ist. Darf ich gleich sehen. So, naja, zwei Lager aufeinander. Eins besetzt, eins nicht. Aber guckt mal, wir finden hier schon wieder ganz nette Dinge, ne. Gibt es hier jetzt vielleicht zufällig auch noch Wölfe, ja? Oder sowas? Nö. Doch, ich höre es. Hä? Hallo, Wolf, wo steckst du? Ach Gott, ich bin aber auch blind wie ein Maulwurf. Mann, ich habe doch diese Pferdenlaser-Fähigkeit. Dann müsste ich es doch sehen. So, hier hatten wir jetzt reingeguckt, ne? Ja. So. Was willst denn du von mir? Klappe. Hier habe ich den Pfeil hingeschossen? Ne, der hat den Pfeil da hingeschossen. Oder war ich das? Ich habe keine Ahnung. So. Hier haben wir noch nie reingeguckt. Zweimal Beerenwein. Sehr schön. Und, ja. Müssen wir den hier noch auseinandernehmen. So. Naja. Hier liegt noch eine Steinachse. Wo können wir nehmen? Ja. Passt schon. Okay. So, und jetzt will ich... Ne, ich will hier hin. Ja, ich laufe schon richtig. Ist okay. Ist okay. 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 Da gehen wir jetzt nach Hause. Machen wir uns ein bisschen frisch. Weil wir sind ja schon wieder stinkig hier. Oh Gott, ich will jetzt hier nicht den Wasserfall runterstürzen. Das mache ich nicht. Gehe jetzt hier... Unseren üblichen Weg, ne. Den ich sonst auch nehme. Ist hier oben vielleicht zufällig wieder ein Holzlager? Ne. Ne. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja ganz schön was eingesammelt jetzt, ne. Ja, ihr Lieben. Die Gute hier muss ich erst mal waschen. Für die Näherei bräuchten wir auch noch jemanden. Da haben wir auch noch niemanden hier. So. Gut. Da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich weiß nicht, ob jetzt mit diesen Rotaugen oder mit der Gilbert Quest. Ja, was essen könnte ich vielleicht auch. Das wäre auch nicht verkehrt, ne. Wenn wir nur ein halbem Essen. Ja. Da würde ich sagen, meine Lieben, soll es das erst mal an dieser Stelle wieder gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst es euch alle gut gehen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.